Eine Anwendung moderner Digitaltechnik bei BASF stellt der Einsatz von Automated Guided Vehicles oder kurz AGV dar. Im werksinternen Verkehr ersetzen die AGV zukünftig einen großen Teil der heutigen Eisenbahn-Kesselwagen. Die autonomen Fahrzeuge sind in Verbindung mit den von BASF neu entwickelten BASF-Class-Tankcontainern und dem neu gebauten Containerlager Teil eines integrierten Lager- und Transportkonzepts, das die Logistikkosten am Standort deutlich reduziert. Immerhin beträgt das Transportvolumen hier in Ludwigshafen rund 20 Millionen Tonnen pro Jahr. Und mit dem Einsatz der AGV lassen sich gegenüber dem Transport mit Kesselwagen bis zu vier Tage Transportzeit bei einer Lieferung einsparen. BASF. We create chemistry.